Oh Mann ey, was war das denn für eine Animation hier? Hä, wo ist der Bus? Hä, guck mal bei mir im Stream, seht ihr das? Was ist das für eine Animation gerade hier? Oh lol Was ist das denn hier? Hä? Ich hab das Spiel kaputt gemacht Oh moin Alter Ah, oh mein Gott Das lag schon wieder, ach super Ich dachte schon, wie ein Gegner Ne, ne, ne Wobei, hier ist ein Gegner Aber den werde ich wegknallen mit der Schrotze Bei mir ist glaube ich auch gerade einer gelandet Ja Perfekt Wieder geschreckt, Junge Oh, Trampo gefunden Nice, immer wichtig Oha, goldener RPG Oh geil Läuft bei dir Hier bei mir in dem Haus Komme Komma, komma, komma Wir kommen auf dem Weg Komma, 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 Chameaaaaaa MeeeeeÉ Hat jemand noch Minis für mich? Ich habe gerade einen Phobie gefunden In dem Haus, guck mal hier in dem Haus Oh, sorry Warte mal, ich müsste vielleicht mal das komplette Haus hier lesen Ich habe vier Stück Ah, da! Da in dem Haus, da ist ein Mini und ein Biggie Dann kann Adi die Minis auch mitnehmen Okay, ja fertig Rambo kannst du auch nehmen Adi, komm zu mir, ich habe auch noch Minis Komm mal, komm mal, komm mal Wir müssen bald Richtung Zona Ah, ich muss auch gleich nochmal Irgendwo eine andere AR suchen Adi Kevin, jetzt komm Ja, ich komme sofort Wo ist Yannick? Oh, der ist schon vorgelaufen Ihr habt ja ein Auto, oder? Kevin, komm Ja, ich komme Jetzt komm doch Ich habe es gespammt Ah, oh mein Gott Ach, krass, gar nicht mitgekriegt Ja, man sieht das so kacke Deswegen habe ich eben auch diese Stopper immer gemacht Da unten sind noch Minis Oh, ja, perfekt, nehme ich mit Hey, hey Achso, ich bin Fahrer Ja Fehler Du bist ja auf der Fahrerseite eingestiegen Yannick, auf der Straße ist schneller Egal Querfeld ein geht auch Jawohl Ja, wenn, wenn man Ja Ja Yannick, du hast einen Führerschein gehabt, ne Also, hast einen Führerschein Staplerschein, seht ihr das auch? Ähm, ja Boah Boah Ach, oh mein Gott, Alter Was ist hier grad passiert? Ich bin extra nicht in die Tankstelle gefahren Wieso habe ich... Da drüben, ja Ja 33er Headshot Noch einer Perfekt Warm Ich hab ganz schön, wenn auf einmal vier Leute auf Nights besucht Ich seh keine Gegner, das nervt mich ein bisschen Ja Muss mal Augen aufmachen vielleicht Danke Gerne doch Siehst du jetzt welche? Ja Ja, die läuft schon meterweit voraus Der ist heiß, Gegner zu killen Ich aber irgendwie auch heute, also heute ist, heute ist ein guter Tag Wann ist ein Platz frei? Weiß ich nicht Ich glaube gar nicht, wenn es so gut läuft Wir wollen, wir wollen uns ja nicht von dir runterziehen lassen Ja, bei mir sind ein paar Gegner Ja, wir kommen schon Einer down Einer down, also tot Beide tot Die waren zusammen hier Sonst noch irgendwo wer? Nee, ich glaube das war's Habt ihr geschossen? Nee Nee Schüsse Süden Nehm ich dir ja Oh mein Gott, da ist ne Versammlung Holy Shit Einmal Raketenwerfer rein und ihr habt da einen neuen Killrekord Ohne Scheiß Ja man, hab einen Perfekt Hab noch einen Oh, einer hab ich Einen hab ich bekommen Oh, jetzt hier einmal durchlaufen Boah Alter Ach du Scheiße Das ist ja wie im Lotto-Gewinn Holy Shit Ja wirklich Wir sind auf Biggie alles mögliche Oh mein Gott Ich hab alles verpasst Wie im Schlaraffenland Alles was man Alles was man finden kann Hier ist auch noch Dings Munition Raketenwerfer Munition Hier ist auch noch irgendeiner Closed bei mir Oh mein Gott Hier gibt's alles was das Herz begehrt Außer des Scar vielleicht Bam 145 Schneben weg Und den auch noch Geil Noch ein Sieg Sechste Win-Folge Lol Alter Sechste Win-Folge Was ist hier los? Also heißt das der 8. Win vision Hier werden neck enteinander Das stimmt, ja Ho, 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 ho Wenn ich anderes auch noch spielen möchte Zieh mich jetzt mal zurück Oh Okay Sehr Ehrenwärt Ich werd jetzt nicht mehr spielen Weil sonst ist meine Win-Speak vorbei Sorry Genau, man soll aufhören wenn's am schönsten ist Ja So ist es Untertitelung. BR 2018